NPCs nerven bis jetzt. Ah, ich hab grad gedacht, wo springen dagegen, aber der ist ja da immer noch. Guck mal, wie er updance. Was ist denn das für... Das ist Clay. Also du kriegst aus Clay Bridge raus. Ah, deshalb wolltest du das. Ja. Weil ich finde, das ist so... Stiegelstein-mäßig, ne? Haustchillig. Haustchillig. So, ich hab' den Blick geboren. So. Zwischen jetzt möchte ich hier ein bisschen hinterrunden. Beinahme, wo muss man schlafen? Ähm. Äh, unser Strip der Endzau. Da kommt er. Oh, es war groß. Hallo. Er ist ja natürlich größer ein bisschen. Äh, jetzt bräuch ich hier mal ein bisschen Hintergrund. Mal. Boah, guck, ich hätte uns eigentlich auch übels helfen können, ne? Was? Was denn? Guck mal, wie ich uns helfen hätte können. Hätte helfen können. Hä? Wo ist der denn jetzt? Ja, oh fuck! So schlau! Was wolltest du denn machen? Wolltest du jetzt runtersprennen? Nee, eigentlich, weil ich hätte das Haus sprengen können. Ich brauch' wahrscheinlich hier ein bisschen Clay. Das hättest du noch beidermachen können das raus, bis hier so und ne? Nee, nee, nee. Wenn's zu weit ist, dann sieht's übelst kacke aus. Ich mach' das jetzt erstmal so... Dock-Style mäßig. Ja, kein Ofen, kein gar nix mehr hier, nur so nassigen Craft Bench da. Ey, ich hab' alles da, warte doch. Alles eingesaugt. Oh, dieser scheiß Guide ist im Weg! Meine Fresse! Da! Oh, der war voll rum. So. Das ist die falsche Platte verbaut, oder? Nee, nee, das ist Holz. Ich würd' ja gern'n Holzboden drin haben, weißt du? So'ne zweitdicke... zweitdicken Boden haben. Ja, tja, 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 soll ich hochbauen? Äh, wenn du noch Clay hast, diese Clay Bricks. Nee, ich mein' nur, weil du halt nicht hochkommst, ne? Ja, du kannst hier dahinter schonmal, äh... Bodenwalls schonmal setzen, nur hinter diesen Raum da. Hast du welche für mich? Ja, Daniel hat das alles. Daniel, hast du mich? Bodenwalls. Du hast die Wände, du hast die Wände. Diese dunkel, dunkel Holzblöcke da. Ja, die sehen ganz komisch aus. Ja, die, genau. Wirst du noch mit rechts? Genau. Da haben wir nicht alle, oder? Ey, 250 Stück hat Kuhn mir gegeben. Ja, ich hab noch 13 Stück, aber das muss jetzt mal reichen. Nicht da, nicht da, Nico! Ich hab' gesagt, oben in den Raum! Meine Fresse! Ja, deine Fresse! Hier hinten kommt was anderes an. Oh Leute, ey! Ja, der ist echt schlimm, ne? Allzeit bereit! Team Arbeit! ich sehe hier einen Stern runtergehen ich brauche noch mehr Clay kommen auch keine Holztür mehr? Kriegen wir andere oder was? ne, Holztür kommt trotzdem noch rein, aber das wirst du sehen ich werde erstmal einigen Scheißhörner wieder reinsetzen Kriegen wir auch einen Keller? ja, kriegen wir auch irgendwann so, ups, hier heißt du den noch nicht nein wait, kannst du sowieso noch nicht drin pennen, weil das muss in einem geschlossenen Raum sein das ist hier noch offen so, ne Säge, komm schon, komm schon, komm schon so, äh wo ist der Rest denn? egal da kommt Nico wieder ja, hab grad die Stände eingesammelt ja hey, da kommt man nicht hoch ich weiß so äh, Holz haben wir noch irgendwo, ne? äh, seid ihr zu lieben, könnt ihr für mich mal vielleicht ein bisschen Clay sammeln weil, das brauche ich vielleicht noch hier außen fürs Haus was bringt denn nen Koopa-Pot? äh, Cookie-Pot Cookie-Pot, darin kannst du Suppen mehr erstellen ja, nen Mülleimer oder was? ja, ist alles die Kürze du kannst sogar ne Toilette bauen haha ah, warum mach ich mir eigentlich hier die Mühe? ja, das Bomben, Nico gut, da war Stein mit dabei hm, hm schon wieder Stein äh, siehst du das? ich hör das hab nur dieses klick、 klick, klick, klick und dieses klick, klick ist nur Stein hm, hm ähh ah was mach ich denn hier? ähm auswärtlicher tag das sauber was ist selber wo kann man da auch hochgehen weil das so ein hotel was so hoch geht wie letztendlich könnte man ja ist das klar hier wenn man hoch und runter gehen muss so wo ist jetzt clay hast du unten schon das ganze clay abgebaut ja wieso geben jetzt die steine aus oder was ja ich hab noch 20 stück jetzt gerade die etage wird schon kleiner wie die etage ist die kleiner nein das ist die optische täuschung äh wo ist der schwarzwein hin ach fehl ja warte ich fachs aus das kann man sich unseren geilen tunnel leben können was hättest du jetzt ja unseren geilen tunnel ja du wolltest den ja nicht weiter ausbauen tut mir leid selber schuld ja du bist auch zurückgelaufen ja denkst du ich setze mich dahin und bohre dem alleine aus leck mich ja ich bin ja nur nachgelaufen ja unsere leute wandern aus ne ja ich weiß weil hier oben keine zimmer gerade herrschen beeil dich mal ja sehr gut so lange die ja nicht haben dürfen werden was sag ich mit einer holztür brauchen die doch beide nicht eigentlich hier geht der gar nicht ja dann baut du doch ne holztür ja wenn du im inventar welche hast ich hab keinen inventar oder doch hab ich fünf stück ja ich brauch trotzdem sowieso so oder so brauch ich nochmal noch mehr Türen danke noch mehr ja tu mir leid das geht kommst grad mit 50 stück an ich hab vor'n 500 gesammelt ja dann bin ich verregt ah B C meine Güte deine Güte immer Mann Mann so ja ich hab irgendwie grad nicht mehr gefunden ich geh nochmal runter hm weil das heißt noch Clay oder nicht ja das ist Clay ja das ist Clay ha 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 zweit da 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 ja fang ja ja 10 Prozent Prozent Klai Klai Vau Klai Vau Klai Vau das ist so üblich, das hat keinmal gehört Guck'n da sind Striche Ah, jetzt Verschmelzen Verschmelzen Fackel, fackel, fackel Äh, jetzt muss ich mal so direkt die Mitte treffen Ah, scheiße Das ist hier die Mitte Ja, einigermaßen Jetzt ist ja wieder Raumeinteilung Und Tür Ah, das nervt mich Guck mal, das Holz ein bisschen weiter rechts, das finde ich voll doof Hm, was ist weiter rechts? Da, da siehst du bei der Tür hier vorne, da siehst du das Holz ein bisschen weiter rechts von der Tür, das mag ich nicht Play found Again Ja, mit Bomben ist das einfach einfacher Weil es einfach einfacher ist Ja, genau, genau So, jetzt habe ich keine Tür mehr, scheiße Aber ich habe zumindest hier schon mal Stühle und Tische Die sind voll groß, die Räume sehe ich gerade Ups Aber ich gebe es trotzdem irgendwie kein Clay Nein, scheiße Ich finde gut, wenn die Räume größer sind eigentlich Sieht schon aus Naja Naja Naja, dann kann ich auch Brauchen so ein bisschen mehr Mal gucken, hier, das ist nicht synchron So Äh, so So, acht Stühle Zack und Zack, weg, komm schon Zack, zack Ich habe gesagt, danke Ich habe auch noch genug Fackeln hier Fackeln So So Weg machen So Und so Kommen die bald wieder ins Haus? Ja, die kommen irgendwann wieder ins Haus So 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 Ich mal Zwei Nee Eine neue Tür Oh, die wollte ich gerade machen Nee, zu spät Ja, ja, ja So So, haben wir noch vier Stühle Du kannst ja noch mal Du kannst ja noch mehr Was sind die Bomb-Craften? Okay Ja, die haftet denn an der Wand Ich platziere, ich glaube, mal Maus So, ne Vase